Hallo Freunde in der Sonne und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest L4 auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt's von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Alles ist bereit. Danke, Prinzess. Es sieht einfach gut aus. Wait, du wirst nicht... Wenn die Rest von euch nicht interessiert, zu stehen hier mit mir, nur die Mitglieder der Drasillian-Royal-Familie können das Ritual machen. Warum hast du dich Prinzess genannt? Bist du... Jetzt? Das Ritual beginnt. Das Ritualien-Royal-Familie Du einfach folgst meinen Weg. Alles klar, Lade? The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the Great World Tree. But those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly's a lost soul, and now they can all be at peace. You didnae die in vain, Eleanor. You saved your boy and the princess. It was a noble sacrifice you made. Thank you. My beautiful girl. And goodbye. I hope you don't mind me asking, but... Your mother didn't leave you anything, did she? Ach, no. She didn't, did she? So this letter's why you went to see King Cornelian, eh? If only she'd known. I'm sorry, Lade, you've been through so much. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would never have led you to me, eh? Oh, Eleanor. I'm sorry, Ladea. I'm gonna need to be alone for a wee while. Okay. Es wäre so viel einfacher, wenn wir wie diese Schmetterlinge zurückdrasilend hochfliegen könnten. Entschuldigung. Das ist wohl der falsche Zeitpunkt, um sowas albernes zu sagen. Das ist vollkommen richtig, du Zwerg. Mann. So. Ich gehe mal davon aus, als nächstes müssen wir mit der Prinzessin reden. Anscheinend ist sie's ja. Ah. Ah. Ah, hier stehen sie alle spalier. War es nicht mutig von der Königin, dich auf diese Weise zu retten? Veronica und ich müssen von ihrem Beispiel lernen. Schließlich ist es nun unsere Aufgabe, dich zu beschützen. Mhm. Und Emmy hier? Ach, mein Lieber. Diese Zeremonie war einfach wunderschön. Seine Eltern können nun in Frieden ruhen. Da bin ich mir sicher. Hm. Äh. Das kann ich dir leider auch nicht sagen, wenn ich das auf dem DS war. Also ich habe vorher noch nie einen Dragon Quest Teil gespielt. Ja. Und den hier habe ich seit... Wann kam der raus? 2019? Switch, die Definitive Edition oder was? 2019, 2018. Da habe ich mir die gleich gekauft und noch nicht einmal dürfen gespielt. Und jetzt dachte ich mir, alles klar. Ja. 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 Na toll. Ja. 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 Was machen die Fatzkes denn schon wieder hier? Mann, ey. Kann man nicht mal in Ruhe trauern. Ohne diese Pappnasen. Ja. Ja. Wo sind die Leute aus der Altar? Keine Ahnung von ihnen. Was für die Darkspawn? Keine Ahnung von ihm. Blast! Sie müssen weggehen. Es ist ihn! Er ist hier! Die Darkspawn ist hier! Oh, für die Gehörgüste. Was müssen wir mit der Frau machen? Ser Hendrik'in Wörter war, um die Darkspawn zurückzukommen zu haben. Er hat nie gesagt, dass jemand so dumm genug zu sein, um ihn zu sein. Er hat nur versucht. Ich kann sie nicht erwarten, um sie alleine zu nehmen. Ser Hendrik! Ser Hendrik! Okay, also hier lang, sagst du? Oder nicht? Oder doch? I have you at last, Darkspawn! There is nowhere left to run. You are a slippery one, I will give you that. I had not thought you would make it this far after I picked up your scent in Octagonia. Men, the Darkspawn is mine. Deal with the girl. Forward! This is all the dreaded child of darkness can muster. Pathetic! You will evade me no longer, Darkspawn. The chase ends here. Hedrick! Don't you dare! Princess Jade? Surely not. No! Hold on! Princess! Princess! I won't let you go again. Princess Jade? Oh my god! Ah, hat uns schon wieder vor der Klippe gesprungen. Hat ja langsam schon Tradition, ey. Diesmal sind wir nicht gesprungen, sondern gefallen, aber nee. Oh, good. You're awake. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we? I... I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if... if it happened again. I suppose Rab must have told you about your mother, that she sacrificed herself to save you and a princess of Heliodor. Well, you've probably worked it out for yourself already, but I was that princess. Your mother saved my life. That night, the night Dandrasil fell, we ran from the castle, but... the monsters were too fast. She handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. She died to save us. But, even though she trusted me with you, I... I was too weak and stupid to... I fell in the river and... I let you go. I can't tell you how many times I've wished that it was you ratfished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you. But when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe awful things about you. Rab was convinced that he wasn't in his right mind. That someone must be... controlling him. So we set out together to find out who... and why. I never expected to see Hendrik again. Let alone on a battlefield. We were lucky to get out of there alive. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dundrasil. Oh... okay. Moment. Ist hier noch irgendwas in dieser Hütte? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Ähm... no. Na gut. Alter. Setz einfach wieder die Musik ein, ja Junge. Ah, Kiste. Mit einer Mini-Medaille. Wofür auch immer die gut ist, weiß ich immer noch nicht. So, aber speichern ist erst mal angesagt. Moment, halt, ja, überschreiten. Äh, dä, 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 dä. Ah, ich möchte es fortsetzen. So. Äh, blablabla. Okay. Moment. Wo sind wir denn? Da unten. Na denn. Äh, Moment. Nee, Pferd konnte ich hier nicht rufen. Na gut. Wobei, Moment. Äh... oh shit, hatte ich nicht. Geh weg. Da, jetzt haut ab. Äh, konnte ich nicht. Ich hab noch ne Pfeife oder irgendwas bekommen. Hm, ah. Hier, das Pferdeglöckchen. Benutzen. Ah. Natürlich nicht. Ah. Vielen Dank, Entwickler, dass ich laufen darf. Hm, 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 hm. Dä, dä. Aber ich hab jetzt ehrlich gesagt auch kein, obwohl eigentlich... Hä? Bis jetzt. Well... 김chel. So I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put pay to the Darkspawn. Sir Hendrik Can it really have been so many years Since that fateful night, Princess To see you alive and well You cannot imagine how much this pleases me But should you choose To continue to side with the child of darkness You may not live for much longer Look, I know how you feel about duty, Hendrik How could I forget But you don't understand how important this is Please, you have to let us go You would ask a sworn knight of Heliodor To disobey the orders of his king You have been away from home too long, girl Not long enough for the years to have changed you Still loyal to a fault Wish it didn't have to come to this But it has Impressive, Princess Yes, the spirited young girl of old Has grown into quite the warrior maiden Oh please, I'm not a child anymore It'll take more than a pat on the head to distract me And what will it take to convince you that I am deadly serious That if you stand on the side of the dark spawn I will have no choice but to destroy you Patrick Patrick Princess I'm sorry Get on Now hold on tight Und das war's mit der heutigen Folge Dragon Quest 11 Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wolltet Dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke Videos gibt's bei mir von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr Und wenn ihr auch mal Bock habt, mich live zu sehen Dann schaltet doch mal ein auf twitch.tv slash schulde83 Dort bin ich meistens Montags, Mittwochs und Freitags So ab ca. 19 Uhr im Livestream zu sehen Wenn es meine private Zeit halt zulässt In diesem Sinne, haut rein Hoffentlich bis zum nächsten Mal Tschüss Ich hoffe, das gefällt euch Vielen Dank.